New Direction Tackle New Direction Tackle bietet nicht nur hervorragende Bissanzeige an, sondern auch ein Edelstahlprogramm, welches Sie ausdrucksweise hier sehen. Fangen wir mit den Buzzer Bars an. Alle Produkte in der Serie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Das hier ist jetzt die 2er Version der Buzzer Bars. Es gibt ebenfalls eine 3er Version. In der Mitte haben wir eine Kontorschraube, die dafür sorgt, dass Sie Ihren Buzzer Bar in der gewünschten Position arretieren können. Die Seitenteile können ausgezogen werden. Die Buzzer Bars haben eine Länge von 16 cm und können dann auf 25,5 cm ausgezogen werden. Das Innenstück wird in der Endposition gestoppt, sodass es nicht herausfallen kann. Sie können es dann mit dieser Schraube hier arretieren. Die Schraube ist mit einer Feder versehen, sodass sie stets in einer sicheren Position sich befindet. Hier haben wir ebenfalls Kontorschrauben, die gewährleisten, dass Ihre Routenhalter bzw. Bissanzeiger in der gewünschten Position arretiert werden können. Geliefert werden die 2er und die 3er Buzzer Bars in diesen Camo-Taschen mit Reißverschluss, die außen mittels einem Glättverschluss an eine weitere Tasche angebracht werden können, sodass Sie all die Taschen der Produkte aneinander fixieren können, sofern Sie das wünschen. Dieses Teil hier ist im Lieferumfang der Buzzer Bars enthalten. Mit dem können Sie die Schrauben sowohl am Buzzer Bar als auch am Erdspieß richtig gut festziehen. Aber es funktioniert auch prima von Hand. Ebenfalls erhältlich sind die Erdspieße. Diese können von 28 auf 43 cm ausgezogen werden. Wir haben hier am unteren Ende einen Bohrer, der Ihnen hilft, den Erdspieß auch bei hartem Grund in den Boden zu bringen. Hier wieder die Schraube, die das Innenteil fixiert, das ausziehbar ist. Das Schöne ist, dass das Innenteil an einer Seite flach ist, sodass die Schraube hier perfekt greift und das Ganze stets in der gewünschten Position sich erhält. Auch die Erdspieße werden in den Camo-Taschen mit Reißverschluss geliefert. In Ergänzung zu den Erdspießen gibt es das sogenannte Drive-Tool, das Sie hier sehen. Das hat in der Mitte eine Wasserwaage, die Ihnen hilft, den Erdspieß auszurichten. Und dieses Teil hier stecken Sie einfach in das Innere des Erdspießes, also in das Unterteil, schrauben das Ganze fest. Sieht dann so aus. Und dann können Sie perfekt eben den Erdspieß in den Boden bohren bzw. schrauben. Und die Wasserwaage hilft Ihnen eben dann dabei, das Ganze sicher zu arretieren bzw. in der gewünschten Position möglichst gerade auszurichten. Das ist das New Direction Tackle Edelstahlprogramm, erhältlich auf der New Direction Tackle Website, sowie auf Amazon und im gut sortierten Fachhandel. Das ist das New Direction Tackle Edelstahlprogramm, erhältlich auf der New Direction Tackle